Yo, also, äh, krankenhaus. Es gibt noch ein paar Tage länger keine Videos. Ich hab mir meine Kniescheibe rausgehauen und, äh, ja, nur so ein kleines Infovideo. Sorry, es gibt noch ein paar Tage länger keine Videos. Und ich hab meinen Rasierer vergessen, weil ich sehe schlimm aus. Ich weiß. Und ich muss zum Kriseur. Auf jeden Fall, sorry, und dann, keine Ahnung, gibt's so 22. Nose wieder Videos. Bis dann. Ciao.